Albrecht Müller von den Nachdenkseiten hat einen Artikel zur Wagenknecht-Partei veröffentlicht. Und was er dazu geschrieben hat, das schauen wir uns jetzt einmal an. Die neue Partei vor Einflussagenten schützen eine zentrale Aufgabe. Ja, klingt erstmal nach einem vernünftigen Plädoyer. Schauen wir uns mal an, was Albrecht Müller dort für konkrete Argumente bringt. Die neue Partei vor Einflussagenten schützen. Eine zentrale Aufgabe. Ein Artikel von Albrecht Müller. Der Beitrag eröffnet mit der Verlinkung auf die gestrige Pressekonferenz des Bündnisses Sarah Wagenknecht. Wir weisen noch einmal darauf hin, weil die Lautstärke des heute früh verlinkten Originals ungenügend war. Die Pressekonferenz aber ausgesprochen interessant und deshalb sehens- und hörenswert ist. In unserem ersten Bericht von heute früh ging es vor allem um das Thema Corona. In der Pressekonferenz kamen selbstverständlich eine Reihe anderer interessanter Themen vor. Es lohnt sich, diese Pressekonferenz anzuhören und anzuschauen. Sie zeugt von programmatischem und personellem Reichtum der neu gegründeten Partei. Es ist ja kein Geheimnis, dass wir von den Nachdenkseiten das neue Parteiprojekt mit Hoffnung und Sympathie begleiten. Der Grund dafür ist ganz einfach. In unseren Analysen... Also wer es nicht weiß, Albrecht Müller ist ein altgedienter SPDler gewesen, der immer treu zu Friedenspolitik, zu sozialdemokratischer Wirtschaftspolitik gestanden hat und sich immer klar gegen Angriffskriege, gegen Aufrüstung, gegen die Agenda 2010 positioniert hat. Und deswegen steht er auf diesem neuen Parteiprojekt sehr wohlwollend gegenüber. In der Entwicklung der bisherigen Parteien mussten wir immer wieder darauf hinweisen, dass Parteien, mit denen viele Menschen Hoffnungen verbunden hatten, unterwandert, umgedreht und fremdbestimmt worden sind. Wir haben auch erklärt, dass und warum diese schlimme Entwicklung quasi selbstverständlich geworden ist. Es genügt zu unserem Vorschlag, sich in die Rolle des Auslandsgeheimdienstes der großen Weltmacht zu versetzen, um zu begreifen, dass Medien und politische Organisationen, wie zum Beispiel Parteien, in befreundeten und nicht befreundeten Ländern regelmäßig Ziele einer personellen Unterwanderung darstellen. Bei der SPD konnte ich das schon beobachten, als ich Mitglied des Bundestages und der SPD-Fraktion war. Das war Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts. Regelmäßig meldeten sich auf Fraktionssitzungen Kolleginnen und Kollegen einschlägig zu Wort. Sie berichteten von Begegnungen und Konferenzen mit befreundeten Parteien. Und dabei auch davon, unsere politischen Freunde in anderen Ländern könnten nicht verstehen, dass wir deutschen Sozialdemokraten nicht zu militärischen Einsätzen im Ausland bereit sind. Um dieses Thema ging es immer wieder. Die gravierende und politisch folgenreiche Veränderung der Haltung der SPD zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr wurde von außen besorgt. Die Sozialdemokratie ist bei dieser wichtigen Frage von außen umgedreht worden. Im Inneren wurde zum Beispiel von den Seeheimern nachgeholfen. Sympathisanten der Grünen konnten dann später beobachten, wie auch mit dieser Partei Ähnliches geschah. Und selbst die noch später gegründete Linkspartei war davon nicht verschont geblieben. Das erfolgreiche Wirken von Einflussagenten, wie man das zu Recht nennen kann, ist... Nicht nur das. Also es gibt auch Leute, die komplett naiv und empfänglich für Propaganda sind. Und die müssen gar nicht mal da reingeschleust worden sein, sondern die sind einfach gut organisiert und halten sich in einem gewissen Milieu auf, wo der offiziellen Propaganda wenig Widerspruch geleistet wird. Wie gesagt, solche Gruppen wie die Antideutschen oder die Wokies, falls ihr von denen schon mal gehört habt, Die sind ja absolut pro-westlich. Die teilen ja jede Propagandalüge, die vom Pentagon gerade neu rausgehauen wird. Die sind ja bei der Linkspartei besonders einflussreich und die haben die Linkspartei letztlich auch zerstört. Einer der wesentlichen Gründe dafür, dass jetzt eine neue Partei gegründet werden musste. Auch bei ihr wird man versuchen, eine gewisse und ausreichende Fremdbestimmung zu erreichen. Schon deshalb werden die Nachdenkseiten auch bei diesem Projekt aufmerksam und kritisch hinschauen. Selbstverständlich hoffen wir und wünschen wir uns und allen anderen in unserem Land, dass diese Fremdbestimmung in diesem Fall nicht mehr gelingen möge. Diese Hoffnung müssen wir alle damit untermauern, dass wir genau beobachten, was in und mit der neuen Partei geschieht. Die Führung der neuen Partei hat diese Probleme übrigens erkannt. Deshalb sind die Tore zur Aufnahme neuer Mitglieder auch nicht sperrangelweit geöffnet worden. Deshalb versucht man, sorgfältig zu prüfen, wen man als neue Mitglieder aufnehmen kann. Jenen Leserinnen und Lesern, die meinen, die zuvor beschriebenen Beobachtungen folgten der Neigung zu Verschwörungstheorien wünsche ich für die Zukunft von Herzen einen ungetrübteren Blick auf die realen Verhältnisse. Das war nochmal ein Seitenhieb auf all diejenigen, die die gemäßigt sozialdemokratischen Nachdenkseiten in irgendwelche extremen Ecken rücken wollen. Also ich meine, es gibt ja von der Regierung bezahlte Thinktanks, die sie als systemoppositionelles Medium oder sonst irgendeinen Unsinn einordnen und die als Verschwörungsideologen diffamieren und wahrscheinlich nicht mal selbst definieren können, was eine Verschwörungsideologie ist. Also der Seitenhieb muss da an der Stelle wahrscheinlich sein. Wie gesagt, guter Artikel, beziehungsweise gutes Plädoyer, war ja nur ein kurzes Plädoyer, kann ich mich absolut anschließen. Es gilt solche seltsamen Gruppierungen, es gilt Rüstungslobbyisten, es gilt all jene, die, ja, die Interessen des westlichen Imperialismus, die die Interessen des Kapitals vertreten, aus dieser Partei draußen zu halten und es gilt ein vernünftiges sozialdemokratisches Programm zu vertreten, wie es die SPD viele Jahrzehnte lang vom Godesberger bis zum Berliner Programm geschafft hat. Also Godesberger Programm war in den 50ern, haben sich vom Marxismus verabschiedet, Berliner Programm war 90er, da hatten sie Oskar Lafontaine noch als Kanzlerkandidaten. Also das war die Zeit, in der die SPD noch für vernünftige sozialdemokratische Politik stand. Das waren ja immerhin drei Jahrzehnte, weil ja auch häufig gesagt wird, ach, Parteien, die bringen eh nichts doch. Die SPD hat viele, viele Jahrzehnte vernünftige sozialdemokratische Politik gemacht. Dort sind über viele, viele Jahrzehnte vernünftige Leute an die Spitze gekommen. Also zu sagen, ach, Parteien bringen eh nichts, nee, so einfach ist es nicht. Man kann nur hoffen, dass die Wagenknecht-Partei Ähnliches schafft. Man kann nur hoffen, dass die Wagenknecht-Partei zu einer neuen linken Volkspartei wird und Grüne und SPD letztlich zerstört. Das sind parteipolitische Gegner. Das ist eine Frage, mit der werden wir uns in Zukunft auch nochmal auseinandersetzen. Grüne und SPD werden auch wesentlich radikaler gegen die Wagenknecht-Partei schießen, sollte dieser Erfolg haben. Aber das werden wir dann alles sehen. Wie gesagt, in diesem Sinne guter Artikel von Michael Müller, äh, von Albrecht Müller. Schaut auch gerne beim Kanal der Nachdenkseiten vorbei. Es ist häufiger solche Artikel, solche Plädoyers. Auch Auftritte in der Bundespressekonferenz von Florian Warwick. Allgemein die Website, die Nachdenkseiten sehr zu empfehlen. Das ist eine Frage, die Nachdenkseiten sehr zu empfehlen.